Weil auch durch eine defekte Einspritzdüse habe das Ventilspiel gecheckt, habe mir das Pläulagerspiel angeschaut, Vakuumpumpe. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der mich da unterstützen wollen würde. Ja Freunde, ich werde jetzt vorerst aufgeben. Was heißt vorerst aufgeben? Ich möchte euch jetzt einfach die Chance geben oder darum bitten, dass ihr alles mögliche hier unten in die Kommentare schreibt, was ihr glaubt, was es noch sein könnte. Hallo Freunde, heute kommt mal echt ein ernstes Thema. Ich würde mich auch wirklich, wirklich freuen, wenn viele Tipps kommen und wenn ihr einfach das Video komplett schaut, wo die Probleme liegen. Und zwar ist es so, dass der 2,4 Liter Diesel, Motorkennbuchstaben CP, hier gerade echt Probleme macht. Also das hier ist Fridolin, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich habe ja den Zahnriemen machen lassen und nach ca. 1000, 1200 Kilometern hat der Motor stark angefangen zu nageln. Laut Internetrecherche kann das bei einem Dieselmotor leider alles mögliche sein. Ich bin jetzt auch schon wirklich alles mögliche durchgegangen. Ich möchte das ganz gerne mal aufzählen, dass ihr wisst, was ich kontrolliert habe, was ich gemacht habe und was auch die Werkstatt nochmal im Nachhinein gemacht hat. Also die Werkstatt, wo ich den Zahnriemen machen lassen habe, hat im Nachhinein jetzt nochmal den Förderbeginn angeschaut. Hat nochmal geguckt, ob das alles so stimmt, wie es ist. Ich habe die Einspritzdüsen ausgebaut, habe die von der Werkstatt überprüfen lassen, weil auch durch eine defekte Einspritzdüse soll angeblich ein Klackern oder ein Nageln zustande kommen. Dann als nächstes habe ich den Ventildeckel geöffnet, habe das Ventilspiel gecheckt, habe das alles so gemacht, wie ich es recherchiert habe. Das Ventilspiel sieht sehr gut aus. Es ist sogar auf zwei oder drei Ventilen ein bisschen stramm. Das heißt jetzt aber, es gibt ja eine Toleranz zwischen 0,15 und 0,25 beim Einlassventil oder Auslassventil. Auf jeden Fall eine sehr geringe Toleranz und da liege ich dann zum Beispiel bei 0,13 oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass das noch okay ist und zudem kommt dazu, wenn es zu stramm ist, dann klackert es halt eben nicht. Nur wenn es Spiel hat. Deswegen habe ich das auch erstmal ausgeschlossen. Jetzt kommen wir zu den größeren Problemen und zwar wirklich intern motortechnisch. Ich habe jetzt die Motorwanne abgenommen, habe mir das Pleulagerspiel angeschaut, weil die Werkstatt hat gesagt, es könnte auch sein, dass ein Lager ausgeschlagen ist. Warum auch immer, das müsste man dann auch mal herausfinden. Ich habe die Ölwanne auch schon abgeschraubt, habe nachgeschaut. In meinen Augen ist es kein Spiel. Also ein axiales Spiel habe ich. Das soll wohl auch normal sein. Ich habe mir die Pleulager jetzt trotzdem bestellt. Werde die auch austauschen, weil ich, wenn ich schon mal da unten dran bin, dann kann ich das auch einfach mal machen. Dann gucke ich mir auch nochmal den Verschleiß der Lager an oder der Lagerschalen, weil das habe ich jetzt noch nicht ausgebaut. Das möchte ich in einem Zuge machen, dass ich es ausbaue und direkt wieder einbaue, weil ja diese Pleulköpfe oder diese Brücken müssen wieder genau darauf gesetzt werden, wo sie vorher auch waren. Und ich möchte mir da einfach nichts verspielen. Als nächstes habe ich das Problem, dass meine Einspritzpumpe ein wenig undicht ist. Allerdings meiner Meinung nach nicht in die Richtung, wo der hohe Druck entsteht. Also wir haben ja ungefähr irgendwie einen Druck von 130 oder 150 Bar. Ich glaube die Einspritzdüsen öffnen bei 130 Bar, bin ich der Meinung. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen. Aber bei denen ist es jetzt auf jeden Fall so um die 130 Bar gewesen, als wir sie in der Werkstatt getestet haben. Und das Spritzbild sieht auch gut aus. Das nächste Thema, was von der Werkstatt angesprochen wurde, war die Vakuumpumpe. Allerdings ist das bei dem Motortyp nicht die Vakuumpumpe, die diesen Stößel besitzt. Das heißt, da kann das Klackern auch nicht herkommen. Mittlerweile bin ich wirklich sehr, sehr verzweifelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin jetzt ungefähr schon seit zwei, zweieinhalb Wochen dabei, das Problem zu finden und zu suchen. Ja, und sollte es mehr in Richtung Kolben, Kolbenringe gehen, dann bin ich auch wirklich nicht mehr der Mann, der dabei geht. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der mich da unterstützen wollen würde. Also vielleicht im Raum von Hamburg oder Lübeck. Ich sitze ja genau dazwischen. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn sich vielleicht jemand bereit erklärt. Wir werden uns auch ganz, ganz sicher einig. Also ich möchte einfach nur, dass der Motor wieder läuft. Ich bin sehr enttäuscht, dass das jetzt passiert ist. Und ja, das ist so das Problem, was ich momentan habe. Ihr könnt mir gerne eure Tipps nochmal in die Kommentare schreiben. Bitte lasst es nicht so ausarten, wie in verschiedensten Foren. Falls es Diskussionen in den Kommentaren gibt, die einfach nicht menschlich sind oder einfach abwertend sind, werden die Kommentare direkt gelöscht. Weil da habe ich einfach momentan überhaupt keine Lust zu. Und kann ich auch momentan einfach nicht gebrauchen. Konstruktive Kritik immer gerne, immer gerne sagen, was ihr denkt. Und ansonsten werde ich nämlich jetzt nochmal wieder die Einspritzdüsen ausbauen. Weil ich habe die Flammscheiben da drunter noch nicht ersetzt. Die kann man zum Test drin lassen. Wurde, so habe ich das recherchiert. Und jetzt werde ich die neu einsetzen. Und werde euch dann auch einfach nochmal zeigen, wie das Ganze so aussieht, wenn die Einspritzdüsen rausgebaut sind. Und in dem Zuge werde ich auch gleich die Glühkerzen neu machen. Weil wenn die Einspritzleitungen weg sind, kann man die schön lösen und kann man auch gut austauschen. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Und ansonsten hoffe ich, euch kann dieses Video in der Form weiterhelfen, dass ich jetzt die Einspritzdüsen ausbaue und die Glühkerzen austausche. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Als allererstes nehmt ihr euch einen 17er Schlüssel. Löst hier die ganzen Überwurfmuttern von den Einspritzdüsen. Das könnt ihr ganz gut hier sehen. Und dann löst ihr die Überwurfmuttern direkt an der Einspritzpumpe und könnt dieses ganze Geweih erstmal entfernen. Um an die ganze Problematik hier besser ranzukommen, erstmal die Überläufschläuche alle entfernen. Und dann kommt ihr an die Überwurfmuttern auch vernünftig ran. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn das Geweih ab ist. Jetzt könnt ihr die Einspritzdüsen quasi direkt rausdrehen. Und zwar braucht ihr dafür eine wirklich lange Nuss. Vor allem muss da sehr weit Platz sein. Das ist eine ganz spezielle Nuss. In dem Fall ist es hier diese Hazed 4555N. Die habe ich mir ausgeliehen, weil die kostet einfach mal eben 50 Euro. Hier unten könnt ihr jetzt ganz gut die Flammscheibe sehen. Und die müsst ihr austauschen. Wichtig dabei ist, die Flammscheibe könnt ihr auch verkehrt herum reinpacken. Aber ihr könnt ganz gut sehen, wenn ihr die Einspritzdüse in der Hand habt, dass ihr die hier quasi draufsetzen könnt. Am besten ihr merkt euch einfach, wie ihr die Flammscheibe rausgeholt habt. Und so packt ihr auch die neue wieder rein. Das ist vielleicht das Einfachste. So, ich habe jetzt alle Einspritzdüsen einmal rausgeschraubt. Habe die Flammscheiben neu eingesetzt. Und jetzt kommen wir zu den Glühkerzen. Bevor ihr die Einspritzdüsen festballert, macht erstmal die Glühkerzen fertig, weil vielleicht müsst ihr die Einspritzdüse nochmal rausdrehen, um da vernünftig ranzukommen. Hier seht ihr jetzt quasi eine Glühkerze, hier noch eine. Ihr schraubt erstmal quasi die ganzen Kupferbrücken hiervon ab, mit einem 8er Schlüssel. Und dann könnt ihr die Glühkerzen einfach rausdrehen. Am besten direkt wieder die neue rein. Und dann seid ihr auch fertig. Das Problem entsteht auf der Seite der Einspritzpumpe hier bei mir. Und zwar da unten seht ihr die Glühkerze. Das funktioniert. Ihr könnt sie rausschrauben und ihr könnt sie auch wieder vernünftig reinschrauben. Es ist nur sehr, sehr fummelig. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Das funktioniert. Wenn jetzt alle Glühkerzen neu drin sind, nehmt ihr euren Drehmomentschlüssel, stellt den auf 70 Newtonmeter und könnt dann die Einspritzdüsen komplett festziehen. Jetzt habe ich ja prinzipiell alles erneuert. Auch die Pleuel Lager. Und auch daran hat es ja jetzt nicht gelegen. Und weil ich es doch noch nicht wahrhaben möchte, dass ich halt irgendwie einen kapitalen Motorschaden habe und den Motor auch nicht öffnen möchte momentan, habe ich mir jetzt nochmal ein ganzes Set mit Einspritzdüsen zukommen lassen von Dieseltechnik24. Könnt ihr euch bei Ebay Kleinanzeigen oder so mal anschauen. Werde ich auch unten nochmal verlinken, weil die einfach preistechnisch so mit am günstigsten sind. Das sind überholte Düsen. Das findet ihr aber überall. Auch in normalen Ersatzteilshops und so weiter und so fort findet ihr immer so überholte Düsen. Das sind meistens keine neuen. Und ja, da habe ich mir jetzt nochmal ein ganzes Set zukommen lassen und werde das nochmal testen. Ich hoffe einfach doch, dass die Werkstatt vielleicht die Einspritzdüsen nicht vernünftig getestet hat. Ich stand auch daneben. Die hat ein analoges Gerät, was nicht mehr so toll war. Das haben sie aus der hinterletzten Ecke geholt. Schauen wir mal. Ich drücke einfach mal die Daumen, dass es jetzt doch vielleicht an den Einspritzdüsen liegt. Ja Freunde, ich werde jetzt vorerst aufgeben. Was heißt vorerst aufgeben? Ich möchte euch jetzt einfach die Chance geben oder darum bitten, dass ihr alles mögliche hier unten in die Kommentare schreibt, was ihr glaubt, was es noch sein könnte. Denn, wie man sehr, sehr gut in dem letzten Clip gehört hat, das Problem ist nicht weg. Ich habe jetzt auch mal mit einem Stethoskop versucht zu hören, wo das größte Problem herkommt. Und es ist wohl so, dass das lauteste Geräusch kommt aus dem Zylinder 6. Und nachdem ich jetzt die Einspritzdüsen alle getauscht habe, das nochmal getestet habe, habe ich mir jetzt ein Kompressionsmessgerät gekauft, habe damit die Kompression der einzelnen Zylinder getestet und habe festgestellt, dass 1 bis 5 ungefähr eine Kompression von 25, 26, vielleicht 27 Bar aufweisen. Das ist schon schlecht, das könnte vielleicht daran liegen, dass die Batterie ein bisschen flau ist, aber der 6. Zylinder weist auf jeden Fall Probleme auf und zwar messe ich da unter 10 Bar. Was bedeutet das für diejenigen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon ich rede? Der Motor baut eine gewisse Kompression auf, die kann man in Bar messen und die Verschleißgrenze bei diesem Motor hier liegt bei 26 Bar. So wie ich es recherchiert habe, der Neuzustand besteht bei ungefähr 34 Bar und damit zeigt sich, alle 6 Zylinder sind nicht top, aber falls es nur an der Batterie liegen sollte, dass die Zylinder 1 bis 5 schlecht dastehen, ist auf jeden Fall der 6. Zylinder mit unter 10 Bar definitiv ganz schlecht und der macht zusätzlich auch noch das lauteste Geräusch. Das heißt, der Motor muss doch aufgebaut werden. Falls ihr mir dabei helfen wollt oder helfen könnt, gerne in die Kommentare schreiben, ich nehme jede Hilfe gerne an. Und ansonsten werde ich nach diesem Video hier beginnen, den Motor aufzubauen und zu schauen, was los ist. Vielleicht habe ich Glück und es sind nur die Kolbenringe defekt und der Zylinder hat noch keinen Schaden genommen. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt aber noch nicht. Und ich hoffe, ihr drückt mir vielleicht die Daumen und könnt mir vielleicht auch noch einfach ein paar Tipps geben in den Kommentaren. Das Projekt wird natürlich nicht aufgegeben. Ich bin wirklich ein Typ, der zieht das jetzt durch, egal was kommt. Und ich nehme euch auf jeden Fall mit, auch wenn es motortechnisch nicht so detailreich wird wie die restlichen Videos von mir, da ich einfach überhaupt gar keine Ahnung habe vom Motorschrauben. Ich bringe mir das alles selber bei. Wenn er nachher läuft, dann ist alles super. Aber ich möchte niemandem von euch irgendwas Falsches zeigen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein, drückt die Daumen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.